Das Projekt Halle gegen Mobbing hat den Integrationswettbewerb Alle Kids sind VIPs gewonnen. Am Freitag veranstaltete der Verein Boxring Eintracht Halle die Siegesfeier. Als prominente Gäste konnten unter anderem Moderator Daniel Aminati und Kunstturner Matthias Fahrich begrüßt werden. Bei einem Boxtraining hatten die Kinder und Jugendlichen die Möglichkeit, ihr Können unter Beweis zu stellen. Ebenso diskutierten Sportler und Verantwortliche über die Themen Toleranz und Integration.